Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, zu meinem, ja mittlerweile 161. Video hier bei YouTube vorne. Ja, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, und dann ist heute mal wieder ein kleines Infovideo. Und zwar, hab ich mir was Neues überlegt. Ich bin ja am längeren schon am überlegen, wie ich euch auch so ein bisschen unterstützen kann. Also an die Zuschauer, die selber Videos machen, das ist ja nicht immer so einfach. Und da, um euch da ein bisschen zu helfen, ich hab das ja schon mal gemacht, dass ich immer Videos eingeblendet hab quasi am Ende. Und jetzt hab ich mir überlegt, dass das ja wahrscheinlich noch effektiver wäre, wenn ich quasi einmal in der Woche so einen Kanal der Woche mach, wo ich ein Video nur von euch hochlade. Und da hab ich mir überlegt, ein normales Video, das ist ja vielleicht, zieht sich so ein bisschen in der Länge. Ne, dass ich mir dann, entweder ich mach das dann, oder wenn ihr mir so ein bisschen Arbeit abnehmen wollt, dass ihr mir quasi, das könnt ihr mir per Privatnachricht schicken, das Link mit dem Video, sodass ich mir das runterladen kann, quasi von euch so best of. Ne, dass ihr sagt, das ist, oder das ist mein tollstes Video, dass ich mir da dann zwei, drei Stellen raussuche. Und ja, oder ihr schnibbelt euch da schon selber was zusammen, was ich dann so fertig schon hochladen kann. Und das mach ich dann einmal in der Woche, da suchen wir uns einen festen Tag für Ausfrauen, ne. Und dann lad ich wirklich einmal in der Woche ein reines Video, nur von euch dann hoch, mit Verlinkungen und allen Schnickschnacken und allen drum und dran. Ja, und ich denke, dass, hoffe, dass euch das auch ein bisschen was bringt. Also ich könnt mir das schon vorstellen. Und ja, das Ganze heißt dann einfach, Wilhelms Kanal der Woche, würde ich jetzt einfach vorschlagen. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, vorne, was ihr davon haltet. Also ich würde euch da wirklich ganz, ganz gerne unterstützen. Wenn ihr da Lust habt und euch da mal präsentieren wollt bei mir auf dem Kanal, dann schreibt mir, wie gesagt, privat und in den Titel von der Nachricht. Schreibt rein, Wilhelms Kanal der Woche, Vorstellung. Und einen Link mit dem Video. Ja, Freunde, dann bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich hab da wirklich Lust zu, euch da wie gesagt, ein bisschen unter die Arme zu greifen, ne. Also, dann wünsche ich euch wie immer einen schönen Abend, Freunde. Und bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Euer Wilhelms.